Ein Cocktail in weniger als 10 Sekunden? Nochmal, das Ganze auch mit Be- und Entladen? Ja, das geht. Aber nur, wenn eine innovationsfreudige Firma wie Rastal mit einer Hochschule für angewandte Wissenschaft zusammenarbeitet. Die Geheimnisse der Cocktailmaschine sind Erstens, es werden keine Pumpen verwendet, sondern nur das kleine G, die Erdanziehungskraft. Zweitens, mit speziellen Magnetventilen kann die Öffnungszeit im Millisekundenbereich gesteuert werden. Drittens, die Firma Rastal entwickelte Gläser mit einem beschreibbaren und lesbaren Chip. Diese Gläser mit Chips überstehen die sehr hohe Temperatur von 80 Grad in professionellen Geschirrspülmaschinen. Viertens, mit dem Internet der Dinge können die einzelnen Prozesse zum Verkauf eines Cocktails weitgehend unabhängig voneinander gemacht werden. Nach der Auswahl und dem Bezahlen des Cocktails beschreiben wir den Chip im Glas mit dem gewünschten Cocktail. Auf einer Infostation kann jederzeit die Gültigkeit und der gewünschte Cocktail sichtbar gemacht werden. Mit dem programmierten Glas erhält der Kunde nach 10 Sekunden sein Cocktail. Ein weiterer Trick für den großen Andrang kommt von Bastal. Die Gläser sind bereits mit dem Cocktail beschriftet und werden vorab programmiert. Damit sind über 360 Cocktails pro Stunde möglich. Und plötzlich wäre das Internet der Dinge sehr anschaulich. Aber mit Vorsicht. Das geht nur, wenn die Zusammenarbeit der Menden stimmt. Und das war auf der Messe in Nürnberg im November 2019 der Fall.